Ich bin Luke, ich bin Vicky, ich bin Patrick. Wir sind das Tiger Team und wir sind hier auf dem Nachtmarkt. In China, in Peking und wir drehen gerade den Film Tiger Team. Wir zeigen euch jetzt mal ein bisschen, was es hier alles gibt. Was die Chinesen alles vertilgen. Die Essgewohnheiten der Chinesen sind sehr gewöhnungsbedürftig. Die Tiere auf den Spießen leben alle noch die Landwesen. Und was das hier ist, können wir gar nicht essen. Ich glaube, das hier sind irgendwelche Eiersäcke. Und da vorne kamen ganz tolle Getränke, wo ich nicht wissen will, wie viel Chemie drin ist. Sieht ja schon fast hier so aus wie in unserem Chemielabor. Ganz schön voll hier. Wir haben eigentlich schon gerade eben... Irgend so einen komischen Käfer. Ich glaube, es war eine große Kakaalake probiert. Mein Name ist Mr. Krabs. Hier, alle einer. Super. Okay, let's go. Ich möchte nicht so ein Ding essen. Oh! Ein Heftchen für Mama. Mh! Ich möchte ganz schön machen. Es ist richtig lecker. Chips. Ich habe einen Magen gegessen. Los! Probier den mal schlappen. Es schmeckt irgendwie ein bisschen, um ehrlich zu sein, am Schluss zu hatten, nach Geschmack von Fäulen ist oder sowas. Etwas eklig. Wir sind jetzt am Ende des Marktes angekommen. Und wir haben ja schon eine Menge probiert. Also mein Malz schmeckt irgendwie total süß. Ein bisschen eklig deswegen. Deswegen kann ich eigentlich, um ehrlich zu sein, den Käfer ein bisschen. Das ist jetzt so ein Getränk, so ein Chemie-Dingsbums. Ich denke, das ist irgendwie auch irgendwas ekliges. Pipi. Das ist eigentlich genau wie diese kandierten Äpfel. Kiwi. Mit Kiwi. Wir drehen jetzt hier in China weiter, weil wir dann viel Spaß haben. Aber wir freuen uns schon auf Deutschland. Später geht dann, wenn der Film fertig ist, auch in Chica-Team rein. Tschüss. Tschüss.